Ich entführe heute eine Freundin, weil sie betrunken einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Ich darf dich entführen? Ja. Mit Skihauben, Masken, alles? Ja. For real? Ja. Mitten in der Stadt, irgendwo? Ja. Klingt für mich rechtskräftig. Die perfekten Sturmhauben hatten wir schon, also brauchten wir nur noch einen weißen Van, den wir natürlich professionell getarnt haben. Insektenreinigung. Wir reinigen ihre Insekten. Moment mal, haben Entführer nicht auch immer eine Ablenkung? Ich zieh das nicht an. Und sie zog es an. Und weil wir jetzt wirklich alles für die Entführung vorbereitet haben, konnte es auch schon losgehen. Oh, und bevor ich euch gleich das Video zeige, bitte macht das nicht zu Hause nach. Und jetzt viel Spaß, weil...